Mein, mein und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley! Und es ist viel zu lange her und es gab ein riesiges Update und deswegen dachten wir, wir gucken mal rein. Heute leider ohne Elav, also es sind nur die beiden Jungs wieder mit dabei, aber es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge neuen Stuff. Und da habe ich mir auch schon mal eine Liste gemacht, aber ich weiß nicht, das sind so viele neue Sachen, dass ich gar nicht weiß, wo wir anfangen sollen. Was ich allerdings gesehen hatte und sehr interessant fand, war, es soll wohl neue Kisten geben, die fast doppelt so groß sind wie die. Da schaue ich mal direkt in mein Inventar, ich muss auch erst mal wieder reinkommen. Kiste steigen. Warum hast du auch schon gesehen, hier bei dem Käse, bei dem Käse wird zum Beispiel der goldene Stern mit angezeigt. Ich glaube, das war vorher auch noch nicht so, oder? Ja, das war auch vorher nicht so. Und die Bates, die stacken jetzt. Siehst du, da sind es 4, 3, 2. Das war vorher, da ging nur einer. Oh, geil. Ja. Oh, geil. Richtig praktisch. Und ich gucke mal, ob ich schon die neue Kiste bauen kann. Es kann aber sein, dass ich dafür ein Skill brauche. Nee, ich kann sie, glaube ich, nicht bauen. Oder ich sehe sie gerade nicht. Könnt ihr mal gucken, ob ihr die bauen könnt. Oh, man hat jetzt ein Text-Sign. Ja, Text-Sign. Nee, ich kann auch nur die Chests und die Stone-Chests. Aber du sagtest noch irgendwas, was ich eventuell bauen kann vom Angeln her? Ja, ähm, es gibt, was war das? Bait-Maker. Ja, kann ich bauen. Deluxe-Wombin kann ich auch bauen. Aber dafür brauchen wir dann Wombin und Moe, also Moes. Wenn ich hier... Und Bait-Maker, Koralle, äh, Stachel-Igel und irgendwas. Ja, bauen wir doch mal. Ja, bauen wir doch mal. Wenn ich hier hingehe, seht ihr das dann? Nee, ne? Ihr müsst selber hier hingehen. Ja, Moin, steht da. Ja, Moin. Seht ihr das auch, wenn ich da stehe? Okay, alles klar. Ja. Das heißt, egal, wer da dran vorbeigeht, man sieht's gut. Hm. Weil, soll ich das mit diesen Signs lassen oder Text-Signs? Ja, lass mit denen, oder? Ja, das haben wir uns dann gewöhnt, ne? Aber ich würde gerne die neue Kiste bauen. Ich frage mich, wie das geht. Und was braucht man dafür? Ich weiß auch gar nicht mehr, was meine Skills waren. Boah. Schon übelst weit oben. Hat jemand das auf 10? Foraging auf 10, da hab ich. 7. Hab ich auf 10. Hast du auf 10. Fischen hast du auch auf 10. Ja. Ich hab alle anderen auch auf 10. Deswegen wundert es mich, dass ich das nicht craften habe. Also ich hab Mining auf 9 und Combat auf 8. Pilzbaumstamm bringt immer wieder Pilze hervor. Je mehr wilde Bäume in der Nähe sind, desto besser funktioniert es. Baumdünger. Bestreuer in wilden Baumen, mein schnelles Wachstum auch im Winter zu gewährleisten. Funktioniert nicht bei Obstbäumen. Hä, warum denn nicht? Weil das keine Bäume sind, oder was? Scheuert. Schleimbrutkasten, aber den kannten wir schon. Hä, wo ist die neue Kiste? Verdammt. Also ich weiß nicht, was ich mit dem Baitmaker jetzt machen kann. Der steht da oben jetzt, aber gut. Oh, ich will jetzt immer mit Tappen in den Inventar öffnen, weil ich andere Games gewohnt bin. Da kannst du bestimmt irgendein Item reinpacken. Zum Beispiel irgendwie so pro Fisch. Also für jeden Fisch gibt es ein spezielles Item. Zum Beispiel, ich gucke mal, ob man hier zum Beispiel ein Kupfererz reinmachen kann. Nein. Holz, Käse. Ab der erste Tiger Slime ist geschlüpft. Wie niedlich. Sehr gut. Stimmt. Wir hatten ja auch letztes Mal. Und ich hau mir gleich auch mal ein Käptchen rein. So. Und den Tiger Slime will ich mir direkt mal angucken. Na. Stimmt. Und ich muss mich noch um die Kiechers kümmern. Ah. Ich will die bei dem Tuesday, vierte Tuesday, ich bin auf dem Kalender. Wo ist der... Da ist der Kalender bei den Käse. Süß. Bringt mich nach um, so doll lieb hat er mich. Warte mal, wo sind mein Kind? Ah, krampelt hier beim... Oh. Hallo, mein kleiner Fratz. Kann ich dich holen? Stimmt. Ich wollte dich nicht hauen. Oh. Oh Mann. Einfach so mit dem Schwert. Ups. Ups, mein kleiner Fratz. Ja, bist du so lieb. Ja. Ich hab dich so lieb. Ach ja, die Dino-Zucht. Ich erinnere mich. Hier ist wieder ein Dino-Ei. Jetzt begonnen, ne? Hm? Hast gewonnen? Die Dino-Zucht hat ja erst begonnen, oder? Ja, genau. Aber ich hab jetzt gerade schon wieder ein Dino-Ei. Das heißt, es geht hier direkt weiter. Wir haben ja drei Barnes, da können wir dann schön nachzüchten. Aber stimmt. Und hier waren die Viechers, die ich aussortiert hatte. Vier Hühner, zwei Schattenhühner, zwei Enten, zwei Karnigels. Und alles andere... Schattenhühner. Und alles andere mit Dinos. Alles klingt epischer mit Schatten davor. Ja. Auf jeden Fall. Schattenfahrrad. Ich geh mal kurz, ich geh mal kurz auf die... Ich... Stimmt, Schattenfahrrad. Oh Junge, geht so gut. Also... Mal kurz in den Shop reinsteppen. Stimmt, gucken. Dass mein Schwiegervater hier Neues im Angebot hat. Vielleicht gibt's ja da die Dingens. Die neuen Kisten. Vielleicht kann man die gar nicht bauen, sondern muss die craften. Craften. Dehydrator. Recipe. Dehydrator Recipe. Für 10k. Der Typ will mich ausziehen. Ich dachte, wir sind Familie. Ja, ja. Und du hast mir meine Tochter geklaut, du kleiner W***. Geklaut. Den musst du persönlich nehmen auch. Ja, die ist auch so von dir. Aber wir lieben uns doch. Geht auch egal. Aber ich liebe meine Tochter mehr. Immer zweimal mehr wie du. Du kannst gar nichts dagegen machen. Übelst die. Oh, nee, ne? Ich kann jetzt nicht. Ich kann nicht auf Ginger Island. Nein. Warum nicht? Ich bin 10 Minuten zu spät. Ach so. Hey, Willy. Kannst du mich vielleicht nicht doch noch schnell rüberfahren? Wir haben da unsere Farm und... Ja, nee. Ich hab Feierabend. Jetzt nicht mehr. 10 Minuten zu spät. Jetzt kannst du dir abschminken. Tja. Da hättest du auch vielleicht mal früher dran denken können. Da hättest du noch so einen Spruch von Soldaten und der Pünktlichkeit, ne? Ja. Da heißt... Willy! Ah, hier liegt noch Trüffel. Aber was... Was sollte jetzt im Sommer für ein neues Gemüse sein? Summer Mesh. Summer Squash, ja. Squash, genau. Mesh, ja. What the fuck, René. Ne, hat er nicht im Angebot, der kleine Schlingel. Hä? Hä? Warum das denn nicht? Weil wir haben doch den vierten. Vielleicht nächstes Season erst. Vielleicht ist das so wegen dem Update. Ach, meinst du? Das wär ja dreist. Eventuell. Dad is lost. Okay. Wer hat das Schild aufgestellt? Gannert? Hä? Wo ist denn das? Ach so, oder war das Raul? Ja, okay. Ja, ich war das. Ich hätte aber auch vorher sein können. Aber ich will mich denn jetzt den Käse... Ach genau, ich will den Käse da noch reinpacken. Ach. Ach, die Soja-Cola kann man ja gar nicht... Aber was stand denn generell noch an? Was wollten wir denn machen? Waren jetzt noch Questen wieder? Oder was war dran? Also wir haben vor kurzem die Wüsten-Mobilisten geholt. Das heißt, wir können auf jeden Fall, wenn das Glück gut mit uns ist, in die Wüste gehen und Iridium-Farm. Außerdem stehen noch diese Shards im Pokan an. Theoretisch. Stimmt. Und ich war noch nicht bei Key auf Level 100. Stimmt. Das müssten wir machen. Stimmt. Warum nicht? Du... Stimmt. Ne, ähm... Du warst da, aber du hattest die Folge-Quest vorher nicht gemacht. Deswegen warst du auf Level 100. Und, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie der Progress war. Was brauchte man nochmal, damit man Level 100 machen kann? Stimmt, das müsstest du gucken. Bei deinen Quests, was bei Key als nächstes ansteht. Bei Quests, bei Key? Ja, also bei irgendwie Keys gehypt ist. Letters? Weiß ich nicht. Was steht da? Bei den Briefen, oder? Ne, ne. Bei dem Ausrufezeichen. Und dann bist du da irgendwo... Key Quest. Exotic Spirits. Catch the Link-Cod. The Pirate-Riff. Ne. Pan Meets. Juice. Wanted Lobster. Mysterious... Ne, das hab ich nicht. Mysterious Key. Ne. Du hast doch einen Pfeil nach rechts, ne? Ja, ich weiß. Ich hab die auch schon bis zum Ende die Liste angeguckt. Aber sowas steht da nicht. Hä? Pfeil drive. Das kann doch gar nicht sein. I just need a soldier star. Aquatic Research. Granny's Gift. Robins Request. Strange Note. Und Crop Research. Und Jody's Request. Strange Note. Strange Note. Was ist die Strange Note? Strange Note? Warte. Ja. Ne. You found a note. Bali. Deagable. Asking you to bring. Maple. Syrup. To. Secret Woods. Das ist es doch, oder nicht? Soll ich irgendeinen Sirup abliefern? Ah, ne. Das ist das mit den extra. Ne, da kriegst du von den Bären das. Ach ja, von den Bären. Warte mal. Ich recherchiere mal eben. Ich schippe hier einfach mal alles einmal. Damit wir irgendwann unsere Collection voll haben. Und ich hau mich ins Bett. Raul, Achtung. Kippst gleich noch so einen Latschen. Ja. Richtig dreist reingeschlüngelt. Entschuldigung, Janus. Schon mal schön vorgewärmt alles. Also ich meine, solange das für Evie gerne in Ordnung ist. Ja, sie hat nicht gesagt, aber sie hat ein bisschen rumgequietscht. Ich glaube, das heißt ja. Ey, guck mal, da werden, ey, habt ihr das auch? Da werden gerade Bomben abgeworfen auf unsere Farm. Ja. Ja, zu lange für die Quest gebraucht. Das wird der Stardew Valley jetzt teuer bezahlen. Das ist ein Hardcore-Game, ey. Ja. Was ist denn auf einmal los? Patch 1.6 muss nur ein übelster Horror-Type. Blut-Update. Ja. Mit Blut-Patch, ey. Drückst einmal drauf und alles spritzt, aber nur voll. Du hast das gleiche Explosion und alles und musst dann wie bei Normandie jetzt durch die Stadt drehen, Alter. After reading Secret Note 10, the player will found Mr. Key at Floor 100. Gucken wir gleich mal, ob du Secret Note 10 hast. Ja. Okay. Kann das sein, dass du die Secret Note hattest und wir deswegen sofort hingegangen sind und du noch einen Tag hättest warten müssen, damit sozusagen du eine Nachricht kriegst oder deine Quest dich aktualisiert hat? Durchs Schlafen? Weißt du, was ich meine? Das ist doch, da war irgendwas, jetzt wo du es sagst. Irgendwas war da, ja. Irgendwie so, weil dann können wir nämlich einfach versuchen, wir gucken jetzt, wie das Glück ist, obwohl eigentlich ist es mittlerweile egal, wie das Glück ist. Wir sind so weit unten, ne? Also wir kommen ja so schnell nach unten. Nur Bomben. Nee, Treppen einfach, ne? Treppen, Bomben, alles Mögliche vorbereiten. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt in die Mine und machen ein Level 100 für dich. Äh, Mr. Green Rain has descended upon the valley. Oh mein Gott, das ist ein Abwurf, ne? Mr. Key, Mr. Key hat wirklich... Oh mein Gott, der lässt einfach sauren Regen auf, äh... Ja, Alter. Weil ich ätzen unsere Klamotten weg. Krisch! Oh, ein Brief. Nee, was ist denn das für eine Pflanze? Hier hatten wir die vorher auch schon hier am Rand. Was ist denn das? Ach. Hier neben der Ollen-Statue. Ich hab grad einen Briefkrieg gegen die neuen Haustiere. Äh, was ist los? Ja, ich auch. Ist die? Ich hab auch einen Brief. Was ist das? Keine Ahnung, das sieht wirklich komisch aus. Ist das von uns? Nee, ja, ist es. Guck mal, hier siehst du die. Hast du das geplant, Raymond? Nee, hier siehst du die. Die sind einfach neu gemacht worden. Ah. Das Grünzeug sieht das aus. Ach, krass. Ja, kann man die abbauen? Ja, das ist einfach Grünzeug, ne? Was? Ah, okay. Mach mit uns schwer. Warte, aber da droppt irgendwas. Da ist irgendwas rausgesprungen. Ist das ein Frosch gewesen? Ja. Irgendwas ist da rausgejumpt. Da springt manchmal Frösche raus, ja. Okay, ähm, Bombenkissen und let's go, ne? Ja. Ja, ich hab sogar noch alles eigentlich soweit. Einen davon. Ich muss auf jeden Fall einmal auf Ginger Island heute. Doch, ich habe einen Hut noch. Ja, Auberginenparmesan, dann Bomben. Nehme ich mal so 20, davon ein paar. Ähnchen mit Parmesan ist nicht vegan. 86. Das muss gar nicht sein. Ja. Okay, Ryman, kommst du? LaCastle ist jetzt vegan. Ich muss heute auf Ginger Island ganz dringend. Ich weiß ja nicht, was da mit der Farm los ist. Oder wie jetzt? Horten und ab geht's. Achso, warte mal, ich brauche auch noch Treppen, ne? Also du hast Treppen und ich brauche auch welche. Ja, aber ist das so klug da zu zweit reinzugehen? Obwohl, wir kriegen das hin, ne? So. Ich schaff dir schon. Wir haben jetzt noch die Ringe, Schwerter, alles. Attacke. Okay. Ist ja gut. Wir sind einfach heilig. Ich schaff's doch immer weiter als weiter. Wie geil, Säue. Let's go. Ach, jetzt mal den Kaffee reinputten. Ja. Prüddeln. Und dann auch gleich ein Aubergine-Parmesan hinter die Kiemen. Aha, hier ist das jetzt Moos. Jetzt verstehe ich. Hier ist jetzt Moos genroppt von den Pflanzen. Kann jetzt Moos droppen. Mhm. Stimmt, hab ich auch gesehen. Geil, komm. Neue Resource. Oh, nicht der Hässlige schon wieder. Ja, ne? Hab ich mich nicht vermisst. Ja, ne, ich auch nicht. So, direkt Treppenattacke oder was machen wir? Stimmt. Wegen Zeit und so. Das Zeitliche segnen. Unpassende Position? Hä? Was? Ah, hier. Geht nicht? Ja, das geht auf Sand nicht. Wahrscheinlich auf Sand nicht. Ja. Ja, direkt Treppe. Parmesan, Parmesan. Der Ruder. Ja, nein, eine Bombe ist recht. Ja, ne, doch Treppe ist recht. Gucken. Eine Bombe und wenn nix kommt, wieder Treppe. Ah, superperfekt. Oh, neue Bäume und sowas sind jetzt hier auch überall. Machst du gut. Ist das durch den grünen Regen? Holy shit. Und direkt Treppe. Verdammt, der Mr. Key. Ich glaube, da muss ich mein inneres Key chenneln. Ja, 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 ja. Meine inneren jäsen Ach, geil, hier gibt's dich viel Gold, Digga. ja ja mach mal vielleicht danach ach so okay ich wollte das gold mitnehmen bringt zwar nicht so viel aber es ist schon eine es ist jetzt tatsächlich so dass du für jeden fisch machen kannst du gar keinen bock haben egal echt ja wir haben jetzt nicht die nur rei ach und es gibt neue achievements sehr schön ich weiß ja nicht wie viele treppen du noch hast 85 natürlich auch 84 habe ich also genügend 1 2 3 genügend geil ist auch wenn man von oben rein kommt jetzt im ersten level und dann sich einfach nur durchklickt wo die treppen sind da musst du immer mal rechts mal links ist da wieder ein stein wieder klicken klickspiel runter zu kommen aber auch ein sehr teures klickspiel wobei mit unserer jade stimmt ich erinnere mich wir hatten ja das jade projekt uns jetzt nicht mehr so viel ich eben auch wieder jade geerntet also wahrscheinlich kann man schon wieder neu machen will von monstern schnell weg wo bist du ich bin jetzt auf 50 3 ist bei 42 habe ich einfach nichts gekriegt als jetzt sehe ich deine treppen wieder kanalos war an baggie ich war auf 42 ohne dass du da hast ja das ist komisch jetzt sind wir gleich auf 60 jetzt ist die frage natürlich auch die alle zusammen machen und die im sommer war ist hier kann man genau irgendwo lang und jetzt kommt hier mein drache ist ich muss unbedingt was futtern 50 mal angeflogen geil noch mal schaden und hammer mäßig gedrückt zack und noch mal durch geflogen noch mal im kreis gedreht da muss ich einfach wirklich nur drehen die ganze verletzen es ist wirklich ziemlich dreist da war ich haben wir haben das sommer und dann können wir nämlich immer noch iridium abfahren da unten finden wir so viel 80 viel zu anstrengend das schaffen wir niemals auf level 100 zu kommen 80 ich muss kurz was nageln da macht mir ganz schön angst was macht die angst das ist schon ganz schön angst aber was bringt das jetzt eigentlich außer diese pflanzenteile nix irgendwie fühle ich mich nicht so gut und ich habe einen eisengeschmack im mund wie viel ist grausam die truhe ist da der tony der achte kristallarium noch eins hier sollte was anderes sein wie sollte eigentlich mr key sein ist für wieder nicht der raum vom key ne hast du überhaupt die note da kommt er jetzt erst wenn ich noch ich guck mal jetzt ich hätte mir vielleicht mal vorher gucken sollen ja wir waren zu euphorisch wo war das denn noch mal ach bei sammlo hier so und nur 10 deutlich immer gucken ja sie ist nur 9 nur 10 habe ich gar nicht genau ja gut geil das heißt wir müssen sie kurz noch suchen ja hier sind ne menge viecher deswegen hau ich mal ab bist du jetzt einfach die ganze tiefer gerusht ja ach da bist du also ich guck ob hier iridium ist und wenn hier keins ist dann hau ich ab nice da war iridium aber noch unten rechts ja aber nur einer also ich will ja da sind die fake da sind zwei und da unten sind auch noch zwei oh gut das ist kein cluster das safari also im sommer im frühling nächstes jahr wenn wir alles mit ähnlichen schutzvoll machen dann dicke das wird das wird das wird das macht uns zu milliardären geil zu walden milliardären dreist alter diese spinster gespinst du spinnst du spinnst oh oh die 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 burn die 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 in die soll alle dritt noch in den Korb. Und direkt eine Trap. Gute Idee. Latschmilk. Wo haben wir den Latschmilk? Richtige Latschenmilch. Latschgutmilk haben wir schon verkoppt, ne? Ne, haben wir auch noch nicht verkoppt. Hey, ein Fragezeichenblock. Mystery Box, was ist das? Irgendwas drin oder wie? Ja, das ist doch das, was abgeworfen wurde. Das ist ne Bombe gefunden. Nice. Dann töle ich mal das Geheimnis. Wie geht das auf? Gute Frage, vielleicht müssen wir dafür... Blacksmiths. Ach, der Schmied. Ne, Blacksmiths. Schmied muss es aufknacken. Schmied. Lass ihn knacken. Schmiedeisele. Ja, wo mein Schmiedeisele. So, hier ist noch Iridium. Gar nicht lange rumgammeln, sondern direkt weiter runter. Keine Zeit vertrödeln. Hier ist Iridium. Und Koppelnacken. Ja, da unten theoretisch auch. Ja, los. Ich will ein Knaster. Ja, ja, ja. Geil. So, eine Trap noch. Das sieht doch schon besser aus. Ja, hier ist ja nochmal geil Farming. Ja. Ja. Ja, die stehen ist jetzt Zeit. Das ist wirklich dreist. Egal, wer gefetzt. So. Oh, hier ist richtig viel. Ist auch einmal anders. Das haben wir jetzt eben schon verkauft. So. Ist das alles kein Fake? Krass. Gibt es hier kein Fake? Keine Ahnung. Heftig. Was wäre es gewesen, wenn das genau Fake wäre? Hier ist der Trap. Hier ist der Trap. Mr. Trap. Oh, da war eine Secret Note. Vielleicht ist er die 10er. Oh, ein Loch. Oh, ein Loch. 13 Level hier. Wenn man es nicht braucht. Ich hoffe, du findest da viel Iridium. Ich habe hier nämlich auch noch viel. Was soll das? Das hole ich auch noch. Ja, hier ist auch noch Iridium. Jede Menge. Und viele Mummies. Prismatische Scherbe. Oh. Aber brauchen wir gar nicht mehr, ne? Das ist big. Mittlerweile. Die brauchten wir doch jetzt dringend. Ein Uhr. Ach, ein Uhr, ja. Ghost für spät. Let's fucking go. So. So, ich stand noch mal ins Loch und gucke, ob da noch irgendwas ist, aber... Oh, Alter, wie viele hässliche hier auch noch sind. Alter, ich verpiss mich. Ich verpiss mich. Geil. Ähm, versuch mal nicht ausgenockt zu werden wegen Money. Ja. Ja. Also... Sind sie aus. 20 Minuten. 20 Minuten hast du noch. Da komm ich jetzt auch. Ich hab den Sex schon gehittet. Den Sex. Oh, ja. Das Wetter sieht wirklich komisch aus. Ich bin jetzt radiated. Nein, ich wollte die anderen auch... Verdammt. Agreed. 5-Masi